Moin ihr Lieben! Ankündigung Nummer 20 zum dritten. Ich komme mir heute vor wie so ein bisschen im Fernsehen. Ja, kennt ihr das? Klappe zum ersten, Klappe zum zweiten. Die Aufnahme ist schon wieder nicht gelungen. Aufnahme zum dritten. Leute, ich hab schon Halt. Und ihr wisst auch warum? Android. Falls dauernd meine Videos auf den Kopf dreht und das nicht so macht, wie ich das will. Jetzt muss ich mal gucken. Naja, was soll ich dazu sagen? Ich sag da gar nichts mehr zu. Ist meine eigene Schuld. Ich hätte ein Apple-Handy nehmen sollen. Was mache ich? Hol mir so ein scheiß Android-Müll. Wenn jemand ein iPhone 6 haben will und dafür ein Note 4 haben will, bitteschön. Ich tausche gerne. Aber nur, wenn es heil ist. So, folgendes. Ihr euch ist aufgefallen, wir haben die letzten 14 Tage nichts gemacht. Warum? Ich hatte zu viel um die Ohren. Wir waren vorher im Aquantis beschäftigt, in dem riesengroßen Hotel in Bensersiel. Da hatten wir jede Menge zu tun und abends war ich einfach viel zu platt, auf Deutsch gesagt. Ja, wenn man so einen ganzen Tag Möbel trägt und rumdödelt, das ist man müde. Ja, dann hat sich hier im Laden noch einiges zu tun, einige Vorbereitungen. Dann hatte ich noch eine Woche den Waldi zu Besuch. Kommt auch noch dazu. Jetzt letzte Woche, kurz vor Weihnachten, viel um die Ohren gehabt, dies vorbereiten, jenes vorbereiten und dies machen und das machen und ihr wisst schon, wie das alles so funktioniert. So, egal. Folgendes ist jetzt geplant. Es kommen zwischen Weihnachten und Naja, bestimmt wieder noch ein paar neue Videos dazwischen. Ähm, ich werde mir jetzt die Weihnachtszeit nehmen, weil ich dann auch eine Auszeit habe, ähm, Sachen aufzunehmen, aufzuzeichnen. Sprich, es wird weitergehen mit HWs Augen. Sprich, es wird weitergehen mit Eurotruck 2 Simulator. Dann wird es weitergehen mit Farming Simulator 2015. Dann werden wir teilweise von Minecraft wieder machen. Und was war noch? Äh, ja, genau. 2016 Anfang ist schon in Planung ein neues Spiel von VES Games von André. Hallo André. Ja, ich freue mich dann auch schon drauf. Mal gucken, was es wird. Das wird so eine ähnliche Fortsetzung wie Pine U Drive. Aber wie gesagt, freut euch drauf. Abwarten. Tea trinken. Ja, mal gucken, was das nächste Jahr beschert. Das letzte war ja nicht so toll. Das habt ihr ja teilweise mitgekriegt. Ja, was kann ich euch noch vertehlen? Hm, ja, Android. Nein, nicht Android. Heute Morgen. Wir haben heute den 23. und 12. Ja, ein Riesenpalaber gehabt. Ich denke, ach, stehst du ganz normal auf. Du machst den Laden auf. Du musst hier arbeiten. Und wie das ihr so kennt. Moment. Ja, und was hab ich natürlich. Schön meine Brille. Putzi, putzi und so, ne? Dass man guckt aus Augen. Ihr wisst schon. So, was ist passiert? Vorne ist. Das ist passiert. Schaut. Äh, Moment. Genau das. Könnt ihr das sehen? Schön, ne? Hehehehe. In Arsch. Auf Deutsch durchbrochen. So, was habe ich gemerkt? Ganz schnell Vielmann. Danke nochmal, Abrille Vielmann. Ein bisschen Werbung machen. Äh, die haben mir im Nullkommanix ein Gestell zur Verfügung gestellt. Für 9 Euro. Weiß ich nicht. Erstmal Übergangsweise, bis ich jetzt eine schöne neue Titanflex habe. Weil diese Titanflex-Brille ist von 1988. Von der Firma Eschenbach. 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 Genau. Ne? Erstmal wieder Wärmung für Eschenbach machen. Wenn ihr eine neue Brille braucht. Eschenbach-Augenoptik. Nie vergessen. Titanflex-Brillen. 1988. Bis jetzt rechnet mal aus, wie alt die Brille ist. So. Ja. Noch irgendwas. Hm. Nö. Ich hoffe jetzt. Kommen wir jetzt so ein bisschen in eine ruhige Zeit. Jetzt will ich gleich mit meinem Kollegen noch ein bisschen Auto fahren. Wir wollen noch nach Jeva. Wir müssen noch nach Schwartens. Wir müssen noch ein paar Sachen vorbereiten. Und dann hoffen, dass wir dann gemütlich ins Weihnachtsfest gehen. Und wenn dieses Scheiß-Video gleich nicht in der richtigen Position ist, schmeiße ich dieses Handy gegen die Wand. Habt ihr mich verstanden? So. Wumms die. So. Ich wünsche euch allen Zuschauern und dem Team von TBL etc. Minecraft. Alle wie sie da sind. Und meinen Freunden, Bekannten. Ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. Mit viel Gesundheit. Und ihr wisst schon alles, was dazu gehört. Und ihr wisst schon sauf nicht so viel, ne? Dann in der Go. Ne? Go. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Videos kommen natürlich von mir wieder vor, ja. Aber ihr wisst ja schon, die ganzen Spiele kommen dann, bzw. ihr seht mich dann persönlich wieder im 2016. Auch die und du bist besoffen oder wann. Oh mein Gott. Okay ihr Lieben. Du hast Passkrägen. Ne? Michael? Haha. Gut ihr Lieben. Wir sehen uns. Ich wünsche euch wie gesagt alles Gute. Und ihr wisst ja. Monat bleiben. Hihi.